in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr die etha klinge ingame verdoppeln könnt und eure mates oder irgendwelchen randoms droppen könnt leute dieser glitch ist sehr einfach und hierfür braucht ihr nur einmal die etha klinge und ihr braucht gasmasken je mehr gasmasken ihr habt umso mehr etha klingen könnt ihr duplizieren die gasmasken könnt ihr auch aus dem shop kaufen und ihr braucht so ein deadbolt geschütz die sind auch auf der karte markiert leute wenn ihr dann bei einem geschütz seid dann müsst ihr den öffnen und dann müsst ihr die gasmaske die ihr ausgerüstet habt in das geschütz legen und dieses geschütz verwandelt das automatisch dann in eine etha klinge das klappt nicht mit dem masken wenn ihr die direkt aus dem rucksack reinlegt nein ihr müsst die maske aus rüsten und die ausgerüstete maske müsst ihr ins geschütz legen ich zeige euch das ganze noch mal wenn ihr das aus dem rucksack direkt reinlegt dann passiert gar nichts dann landet nur eure gasmaske in den geschütz eben ist stattdessen wie gesagt hier die ausgerüstete gasmaske reinlegen dann wird das zu einer etha klinge dann könnt ihr halt die nächsten gasmasken aufrüsten und wieder reinpacken und dann habt ihr immer mehr etha klingen so viele ihr wollt das war's dann auch mit dem kurzen video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like und schreibt mir die kommentare und wenn ihr in zukunft nichts mehr verpassen wollt dann lasst doch jetzt ein kostenlos abo da und aktiviere die glocke damit du immer auf den neuesten stand bleibt danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video